Ist das der jüngste Auto weg? Yo! 20! 20? Moment! Da sagen wir doch erstmal gute Mieter. Sie stehen hier an der A20. Sind Sie sich der Bedeutung dieser Zahl bewusst? 20? Machen Sie eine Quiz? Quiz? Können wir uns gewinnen? Kein Quiz, keine Gewinne. Aber Sie können trotzdem sparen. Spare ja höfisch, spare gehen. Das sieht man. Beantwortet aber nicht die Frage. An der A20 urinieren und ich wissen, dass diese Zahl jetzt Millionen Media Markt Kunden glücklich macht. Media Markt. Ich bin noch nicht blöd.